Hallo liebe Fußballfreunde, Thema 68 München, 2. Bundesliga 2014-2015, 5. Spieltag, FC Sapauli gegen 1860 München, Ergebnis 1 zu 2, Startelf, FC Sapauli, Dreschner, Tei, Drohant, Zaitis, Bubala, Dubol, Dubi, Grötis, Dranke, Nuti, Pachajorek, Startelf von 1860 München, Ultratka, Ahono, Anka, Kakamareach, Schindleach, Wokovic, Wokaviriyach, Sark, Sanchez, Bidia, Leonardo, Rama, Okati, Das war's von FC Sapauli gegen 1860 München, 23.35 Uhr.